das erste pokémon ist sehr beruhigend warum aber ich hoffe du hast nicht bauchkommel oder so ich würde ich einfach in ich würde einfach heulen weglaufen biedifass spätsteft plus 2 es ist trotzdem für 80 kritik gefühlt wippe fluchtwert steigt stark genauigkeitsding wasser finden finden die über trank ich hab ein trank mehr ich werde ewig warum dieses punkt das teil ist so gefährlich das nicht vor hoffentlich ist nämlich obwohl es sind random ist eigentlich egal obwohl es kommt man darf die ruht nicht unterschätzen ist ja jetzt wieder aktuell das heißt relativ hoch die wir encountern können hier leider ich habe ich vorne im wasser pokémon okay das geht ich habe mich kurz an das aufgerichtet gehabt was war das level grenze eigentlich beachten wir nicht ist 49 hier also jetzt schon irgendwie aber ich habe viele schwächen mit dem team auch nein fehler schon wieder gemacht vergessen dass es ein rätsel ist aber der kopf ist jetzt ja weg oder warte mal ja wir können das rätsel auch überspringen einfach gleich da oben zum trainer gehen wir das möchten aber ich möchte das eigentlich nicht wie das naja der weg unten ist frei recht ja aber ich mache das rätsel lieber nein alles alle platten berühren einmal berühren ja der stick hat nicht so wie ich wollte ja ich habe es gelöst habe es erst fertig man kann eigentlich nicht viel das ist falsch immer aber du musst dir jetzt fertig bist an einen der mittleren platten lang also auf die ein von den drei mittleren ich habe es gelöst hier genauso wer ist gelöst es geht bestimmt nicht reden von dir ich zeigst ja ich bin so gelaufen das ging in früheren religion nicht deswegen christ jetzt noch hin zu lösen weil er jetzt anders gelaufen ist ich habe das nächste auch gelöst das zweite weil da sind natürlich die trainer unten und oben auch ja gelöst auch hier so trainer habe ich gerade gesagt hast du die gemacht oder bist du da noch ich bin da noch ich habe dir aber bis jetzt alle ausgedacht perfekt und ich glaube ich krieg das geht so noch hin du hast ja auch eine neue gestartete gartner fahrt nur voll ist halber noch mal nach ja nein ich habe dein trick eingesetzt mein problem dabei ist leider nur das ist in der sekunde zu weit gelaufen ist einfach mal ich muss den trainer machen ja komm wird schon irgendwie klappen so rest ladero könnte mich mit dem kampfen überraschen aber ist mir egal war es da der nichts auswärts also ein buch von raffel hier sollte ich eigentlich überleben also ich bin unten du bist runtergefallen versucht die trainer auszuweichen ich da weiß nicht ob wir da so viel zeit investieren wollen in die sie können sich in jede richtung drehen da oben in den nächsten musst du kämpfen ja ich hab's gerade gemerkt hat nur ein pokémon alles gut norman papi ich wusste gar nicht dass der hier auch in der arena arbeitet arbeitet überall zu mir begrenzt leid dass ich in kein team potter einbauen konnte stimmt fällt mir jetzt erst auf wo du sagst verbrenne ich es oder zersolare ich es solaren feuer wird halt nur neutral ja und solarstrahl doch auch käfer waren wir nicht sicher bei solarstrahl wo ist das nur safe wo anderen oder schuld war schon cool am ruf kraft teiler ja gut jetzt flammenwurf flammenwurf obwohl es kann sogar sein dass der flug muss so effektiv ist bin mir grad nicht sicher nein weil gestein ich glaube das wird ein höchstens neutral aber jetzt einmal gelöst bleibt es gelöst übrigens sind ja noch mehr trainer ja dass da die unter dir hat noch nicht besiegt achtung ich habe das vom bilder falsch gesehen nein dass ich noch einen überstand dass ich das nicht falsch gesehen habe einfach nur nein von von dem was du vermisst du gerade gemacht hast die frage situation her ich habe ein elektro pokémon dabei nein stärme ist nur was an das wasser psycho echt hydra hydra da gibt es keine andere wahl gibt es schon aber es ist halt eine gute wort ja konfusionen der gut gewesen das auch eingesetzt nein es wird konfu strahl eingesetzt oder ja stimmt ist ein unterschied stadt schauer bewundert dass das wie stadt stauer kann bitte hau dich nicht selber das für das glück aufgenau ich hab's gewusst ich auch ich bin beim arena weiter ich gehe noch mal durch heilen dann kämpfe ich dagegen ich werde übrigens teile anmachen möchte auch empfehlen ja ich hatte ihn schon die ganze zeit an bis eben voll danke toll mit gitter ich hatte das ist auch mal hatte ich dich schon ja die hatte schon ja das ist so schön die auch schon zum bild ist wieder reingelaufen ich gehe doch mal heilen wenn ich schon unten bin naja ich auch obwohl eigentlich sind alle noch voll egal egal für mich egal man kann übrigens nicht durchlaufen da man keine kaskale hat wovon redest du unten direkt hoch ach so wenn man das rätsel löst dann ist da einfach ein weg und deswegen war mir alles schon offen weil ich halt alles schon gelöst hatte bis auf das letzte okay ich hätte es fast geschafft ich bin nur falsch gelaufen ach ach ich fange mit marina da jetzt an ne ja auf viel erfolg danke ich habe noch ein bisschen bis dahin ich trinke jetzt einen schluck während die sequenz läuft mach das falle ich nicht automatisch wieder runter weil ich jetzt darüber laufe nee nee das bleibt gelöst was dann drüber geht dachte ich aber auch zählt so der kampf beginnt okay das erste punkt man ist sehr beruhigend warum aber ich hoffe du hast nicht baubt kommen oder so ich würde ich einfach ich würde einfach heulen weglaufen wie die fasst ja aber wie die fasst ist toll was stand spätstef plus 2 es ist trotzdem 80 kritik gefühlt wippe fluchtwert steigt stark genauigkeit was das für die die hypertrank ich habe einen tag mehr was ich werde ewig warum dieses punkt das teil ist so gefährlich ich habe wieder verkackt strauchler strauchler keine fluchtwertes geschrieben ich habe verkackt ich werde vermutlich dem over game api die fasst es boost die grad des todes es hat glaube ich glaube ich drei werte auf plus drei oder so und jetzt kraft koloss ja ich habe pokémon verloren welches empolion dumm isel ist weg und ich habe einen gegner der jetzt hundert fünf prozent genauigkeit hat plus drei physisch und speziell angriff und spätstef plus zwei wird alles sterben alles und es ist das erste pokémon wie ist das wenn ich jetzt noch vorher den kampf beginne habe ich dann das pokémon noch zur verfügung ne ja es wird alles sterben alles alles ich habe es tot alter ich hatte halt es war meine genauigkeit war gesenkt ich habe zweimal gemisst und sein angriff war auf plus drei oder plus fünf oder so keine ahnung ok du musst du kannst theoretisch gesehen noch wenn du den weg jetzt gebracht hast vielleicht solltest du jetzt schon das pokémon wechseln aber dumm isel kannst du nicht mehr benutzen ich habe es schon wieder verkackt den weg wieso du kannst nach links und nach rechts gehen ja und die fläche da muss ich auch noch treffen welche ja nach links und nach rechts jetzt ach so stimmt ein poleon wäre so wichtig gewesen für diesen kampf weil es ist halt ganz viele schwächen also ist es wirklich tot? mhm one hit kraftkoloss krass das tut richtig weh mhm habe ich irgendwo ein unlicht move drauf? ja auf dem hier ne toll der stick wollte nicht so wie ich wollte ich glaube ich komme da oben nie an ich habe vergessen den geistermove wieder Mavis beizubringen ah fuck it ich muss drin bleiben gut dass Dialga Drache Stahl ist ist nicht Drache Dialga ist Drache Stahl bist du sicher? ja ich muss nen Trank einsetzen ich muss mal schauen was der macht ich kann nicht raus wechseln bei dem Viech gerade oh nice gemacht gut dass ich es ko habe bitte mach irgendwas doofes sehr sehr ist nicht doof sehr wird Arzzeug läuft welcher Typ ist Arzzeug welcher Typ ist Arzzeug welcher Typ ist Arzzeug das weiß ich nicht Pink einfach mit Feuer draufhauen oder? Gefühlswippe Bidifast macht einfach oh das war so gefährlich einfach dieser scheiß das ist sehr fiktiv das macht nicht bitte ich hoffe sehr macht ich habe extra Trank keine Sorge hat auch einen habe ich auch schon eingesetzt wie stark ist das Seah ach ich überlebe es jetzt keine Psychokinese noch ein Seah okay ich muss ich muss nach diesem wenn er wieder auswachsen oder Hyatt gleich er hat mich mit Kresselia jetzt gehabt wow ja dein Glurak räumt halt auf bei denen ne ja ist jetzt auch Level 50 ich habe EP-Teiler vergessen anzumachen glaube ich doch ich habe angemacht auch Terrakium ich weiß es nicht mehr Bodenkampf ich weiß es nicht auswendig böse jedenfalls ja Herakium hört sich sehr nach Boden an Bodenkampf Gesteinkampf Gesteinkampf es hat Zanktoklinge Steinhake Heimzahlung und rechte Hand es könnte auch Schwertanz haben Schwertanz wäre sehr schlecht für dich Gesteinkampf das ist so ein Hard-Counter weil ich halt drei Flug-Pokémon hast du einen Kampf-Pokémon? oder irgendwas mit Kampf-Moves? ja wieso? dann hau da drauf Kampf ist sehr effektiv auf Kampf ernst ernsthaft? ja pass aber auf dass es dich nicht tötet es könnte Logok sterben halt Kampf ist sehr effektiv Kampf ist neutral auf Kampf was redest du für'n Scheiß? okay aber auf Stein halt ja ja Logok also im Polen war gerade das Buch was ich nicht verlieren durfte Bidifas hat halt jede Runde einen Wert plus zwei bekommen durch deine Fähigkeit okay krass und durch die Spitze der plus zwei habe ich halt vier andere verbraucht um es zu töten ich setze ein Steigerungssieb zuerst ein dann werde ich in der Sanktoklinge okay jetzt habe ich ein Steigerungssieb drin okay ich setze nochmal ein Steigerungssieb ein das hat ihn gehofflifed dann kann ich vielleicht da kann ich mit Logok vielleicht sweepen ja darf nur kein Wasser Pokémon oder ein Psycho Pokémon kommen das wäre ziemlich kacke weil ich da keinen Move gegen habe meinst du ich schaffe es im dritten oder vierten Anlauf hier passend drüber zu laufen es ist so einfach dieses Rätsel weil man in der Mitte halt cheaten kann du hast es geschafft ja wend mich bitte fallen keinen Trainer rein hast du geheilt? nur Vorsitz halber ja habe ich okay soll ich Sturzflug beibringen? das ist noch ein Move über zwei Runden oder? ist ein Move der mir selber Schaden gibt oh wen? Staraptor Partner von Glurak ne mach ich nicht mach ich nicht zu risky oh nein Logok ist tot ich habe Seer vergessen gut Seer war immer noch drin jetzt ein zweiter Seer Logok ist echt tot? ja okay das ist schon jetzt kämpfe ich gegen den Mann und ich habe keine Ahnung erstmal Wunsch drum einsetzen ich weiß nicht aber ein Eismuffer ich habe gerade so Schiss ich habe drei Flug-Pokémon nur noch ne und Elektro was halb totes was ist dein Elektro-Pokémon? oh looks cool oh Wasser... Wasserring? was bei der? Agilität Wasserring der will mich ausstolen der Typ aber ich glaube ich sollte ihn trotzdem mit Antikkraft töten können Luftschnitt das ist mir egal bitte hab keine coolen Pokémon mehr die mich frecken das wäre echt nett von dir kriege ich den Boost vielleicht? ne ne nö eigentlich geschafft Soda, Cheetah welches Element? Wasser ist es blau? das weiß ich nicht ich habe den Namen nur Soda ist Wasser Veggie ist Pflanze und Feuer irgendwas ist Feuer ne Grill ist es oh ich habe ich habe ein nice play ich habe noch einen Wunschtraum drin und jetzt kommt mein halb geschwächtes Pokémon rein jetzt müsste eigentlich wieder voll geheilt werden und? Bedroher das ist ein guter Anfang jetzt müsste ein Wunschtraum kommen oder? Wunschtraum kommt als nächste Runde ich heile lieber das ist mir zu riskant ich heile lieber also ich setze jetzt meinen ersten Trank ein weil das erste war ein Bonustrank hast du nicht schon den zweiten drin? oh nein Spiel! wieso? Siedewasser Verbrennung das ist so der assozialste Move den es gibt und ich bin wieder halb tot ich werde wahrscheinlich Luxtra verlieren nur als Info für dich Luxtra ist gepaart mit Glurak ok ich könnte es überleben wenn Soda, Cheetah tot ist ok Soda, Cheetah ist tot dann müsste ich eigentlich Verbrennung überleben ja, habe ich überlebt ok, alles gut Sengo Sengo ist normal Pokémon ich werde es ich werde es Sengo ist normal, ne? treffe nur mit Kampf sehr effektiv Sengo ist normal, ja ich nehme halt Gluraks Partner weil ich die Hoffnung habe, dass der hier wahrscheinlich am meisten regeln könnte bei den stärksten Pokémon verloren in dieser Runde ist übrigens sein letztes Pokémon jetzt ok und ich habe einen Bedroher in Sengo reingehauen was auch praktisch sein kann ich werde aber anfangen mit Aero Ass weil ich Angst habe, dass der Nachkampf nicht ausreicht und dann meine DEF gesenkt wird ok, ich setze nochmal Aero Ass ein er hat noch 20% Leben ok hab gewollt ok, ich habe Plätsjulia und Dumise schon mal abgelegt ah, tat das weh jetzt wäre es umso schöner gewesen hätte ich ein Panferno gekriegt ja, du hast ein Feuer Pokémon ah, das Gute ist, du hast deine ganzen guten noch Aero Assiola tut ein bisschen weh nein, Dumisele tut mehr weh findest du? ja so, jetzt kannst du dir aussuchen, was du mitnehmen möchtest Dumisele ist nicht durch mich gestorben beachte das bitte was soll ich tun? Widifas hat mich mit einem Kraftkoloss gewonshottet einem Kraftkoloss-Kritt ja und es war plus 2 es hat nichts das überlebt es hat alles gestorben hätte ich schlimmer treffen können das stimmt nicht nicht neben dem nicht a